Ich bin an einem der schönsten Küstenabschnitte von Nordzypern in Tadlisu, der so genannten Golden Mile, wo die Berge ganz nahe dem Meer sind und wo die Landschaft ganz besonders schön ist. Hier entsteht in den nächsten Jahren ein neues Bauprojekt und zwar von einem der großen und wirklich wirklich guten Bauträger und nicht irgendein Projekt, sondern ein ganz besonderes Projekt. Das hier wird einzigartig auf Nordzypern. Also zum einen haben wir eine mega mega coole Lage, die zeige ich euch hier schon mal. Ich darf euch tatsächlich noch gar nicht wirklich viel zeigen über dieses Projekt, weil es noch nicht gelauncht ist. Also das ist die spannendste Phase, um als Invest in so ein Projekt einzusteigen. Das Besondere ist zum einen die Lage, die seht ihr hier. Die Fahnen, die ihr hier seht, die gehören tatsächlich zu dem kommenden Projekt und ihr seht, dass die Berge ganz nahe dem Meer sind. Das macht das so besonders. Also einzigartige Lage. Wir haben aber auch tatsächlich ein ganz besonderes Projekt an sich, über das ich jetzt nicht viel erzählen darf, aber ihr könnt die Infos jederzeit bei mir anfragen. Und wir haben hier einen mega mega coolen Zahlungsplan. Nach dem ersten Downpayment von 35% habt ihr ein Jahr lang gar keine Zahlung und erst im Januar 2024 gehen dann die Zahlungen weiter. Ja und so viel kann ich schon mal verraten. Ich habe hier heute selbst investiert. Dann genießt nochmal den Ausblick von dieser wunderschönen Küstenlandschaft hier. Bei Interesse an dem oder auch an anderen Objekten auf Nordzypern schickt mir gerne eine Anfrage, dann bekommt ihr alle Infos von mir.